Bauer sucht Frau Kultstar Narumol David teilte im Netz nun einen überraschenden Clip von Ehemann Josef. Bauer sucht Frau Star Narumol. Sie begeistert mit Video von Josef. Sie gehören zu Bauer sucht Frau wie die Sonne zum Sommer. Narumol, 58, und ihr liebster Josef, 60, fanden sich vor über 10 Jahren dank der RTL-Show. Nur kurz nach den Dreharbeiten gaben sie sich das Ja-Wort, die Geburt ihrer Tochter Jorefine, 11, krönte das Liebesglück der beiden. Trotz vieler Höhen und Tiefen sind sie bis heute glücklich, auch wenn die gebürtige Thailänderin in der Vergangenheit nie ein Geheimnis daraus machte, dass es auch in ihrer Ehe bereits zu Krisen gekommen ist. Premiere für den Landwirt. Nachdem das Bauer sucht Frau Pa nun erst vor kurzem den Verlust von Familienkater Hansi verkraften musste, teilte die 58-Jährige nun einen weitaus humorvolleren Clip. Während sich Narumol immer wieder mal im Netz zeigt, ist es eine absolute Seltenheit. Wenn auch Ehemann Josef zu sehen ist, umso mehr freuten sich die Follower der TV-Bekanntheit jetzt über ihren neuesten Instagram-Beitrag, denn darin ist zu sehen, wie der 61-Jährige zum allerersten Mal in seinem Leben E-Scooter fährt. Während sich Narumol anfangs noch besorgt über die E-Scooter-Fahrt ihres Mannes zeigt und man sie komm mal zurück. Hallo, hallo, rufen hört. Hat sie dann aber zunehmend Spaß daran, Josef zu beobachten, Gas geben. Du sollst nicht so langsam fahren, ruft sie ihm zu. Die Follower sind ebenfalls amüsiert von dem privaten Einblick. Wow, bravo, das macht er ganz gut, ist doch toll. Dass er mit der Zeit geht oder finde es Saustag, dass er es probiert ist unter dem Video zu lesen. Das war so ein ganzes Mal. nghĩ Vielen Dank.